Donnerwetter noch einmal. Wir haben's geschafft. Wir sind wieder zu Hause in den heimatlichen Gewässern. Hören Sie klingen? Immer noch so schön. Große Minuten. Während wir den Meer lauschen, bitte ich alle Kinder, die mitgemacht haben, nach vorne auf unsere Schiffen. Auf die Bühne kommen wir zu den Fiedelbanden, wie die Sahara, die DS-Querung-Kinder, die Flöten-Kinder und natürlich die Kinder. Und auf der Bühne wird schon der Polar. Die Schiffen-Kinder Ja, und dann natürlich noch auf der Bühne schon das Kunterbunte Kinderorchester. Wir möchten uns bedanken bei Heinrich, unserem Techniker, bei der Öffentlichkeit der USA, die uns immer so toll auf dem Klavier begleitet. Das ist so schön. Ja, ich habe in der Aufregung ganz vergessen, also beim Kinderkur, da waren auch noch ein paar Kinder aus dem Kinderhaus der Puntzweger. Die muss ich noch erwähnen. Nochmal einen Applaus, bitte. So, und ich habe auch noch eine ganz kleine Bitte. Unser Haus- und Hoffotograf, der hat heute keine Zeit gehabt. Ich habe gesehen, es haben ganz viele Leute geknipst. Das ist wunderbar. Vielleicht könnt ihr einfach ein paar von den hübschesten Bildern auf eine CD brennen oder sonst in irgendeiner Form an jeweiligen Musikerarbeit erreichen. Das wäre ganz nett. Die stellen wir dann auf unserer Homepage aus. Dankeschön. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch Tschüss und sage euch allen einen guten Heimweg zu wünschen. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, so ein Kindertheater. Tschüss. Applaus 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 Applaus